Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8, miteinander aus dem Team Peatsmeet und DaluKart und heute wieder mit Team Snyder. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Nicht existente Leistung. Und heute wieder mit Team Snyder. Genau dafür entschuldige ich mich. Oh, was ist denn in der Webauswahl los? Ey Leute, hoi, 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 richtig gute Dinge dabei. Echt? Ja, wie immer der Schreinblock. Und die Schlimmste kommt. Oh. Die anspruchsvollste. Okay. Ah, das gute Team wieder. Boah, das geht runter. Wie heißt das, das läuft runter wie Buddha oder geht runter wie Buddha? Ja, das geht runter wie Öl. Wie heißt das denn? Das geht runter wie Öl. Geht runter wie Buddha. Ja. Liegt ein Gänseblümchen im Wind. Ja, genau. Aus Dalu's Mund. Ey, wieder das gute Team. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Du bist Teil des guten Team. Bist du Dalu's. Oh no, ich muss weggehen wollen. Boah, da muss man hier in die Eisen gehen. Aber ordentlich. Dann ist das was für Lisa. Oh, ich hab eine Tröde jetzt. Witzig. Da jetzt nicht. Oh, Peter weg. Die Rode. Ich mach dir die Rode. Die Rode war ja wohl perfekt getimed von Sepp. Die war nicht von mir. Die war nicht von mir. Weg von der Mitte. Weg von der Mitte. Brumm. 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 Brumm, brumm. Brumm. Mein Team hat mich mit einer Note mit körn. Ja, das kann sein. 그j. 9 Das ist Jay hinter dir. Scheiße. Woast meiner you what? Wieso kriegt's denn schon wieder einen Sterne? Ein Stern ist ja wohl richtig gut. Die hat einen Já da einbekommen, nicht Christian. polishing Galaxin. Er kriegt jetzt auch ein Mischmiel vorne. Brumm hat auch eine Rakete. Nice. Wir haben alle Raketen hier. Krieg ich auch ne Rakete? Aber wo bleibst du? Wäre schon nice, wenn er mal eine Rakete als erster kriegt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist. Oh! Oh! Als zweiter! Oh! Als zweiter! Und als dritter ne Rakete! Wie geil! Ach ne, ich krieg einfach diese eine Kurve hier nicht. Wer ist erster? Ich! Wir sind ein erster Spieler drunter. Okay, dann sag Bescheid, wenn irgendwann in meiner Nähe ist. Scheiße. Ich war jetzt durchs Ziel. Wenn du schießen willst. Ich konnte nicht. Der hatte einen Stern. Aber erster, dritter, vierter ist okay. Peter hat genug abbekommen. Der hat schon der zweite Platz verdient. Hat er sich gut gefahren. Da war wieder das Mikrofongeräusch. Ich hab's auch gehört. Ich hab's auch gehört. Ja, er knackt das einfach so. Immer wenn du an deine Mama denkst. Du hast ein neues Mikro dir letztens geholt. Ja, das ist jetzt aber auch schon wieder lange her. Ja, aber wenn Bram Sekundenschlaf hat und mit dem Stirn dagegen kloppt, dann kann das auch nichts. Willst du da machen? Mit seinem Frühakku haut er da immer gegen. Erzählt das jetzt gerade schneller? Ja. Das ist die fünfte Map, die jetzt kommt. Ohhhh. Diese Fischstrand da. Cheep Cheep Strand. Ist okay. Cheep Cheep. Ne. Kackstrecke. Was ist das für'n Vieh da überhaupt? Rechts und links. Die von Mario Sunshine. Was ist denn Mario Sunshine? Hä? Ernsthaft? Hab ich nicht gespielt, hab ich nicht gespielt Mario Sunshine. Star Wars ist doch Gamecube, oder? Hä? Weißt du, Star Wars und Herr der Ringe nicht geguckt, weißt du? Huchvoll? Wenn wir jetzt hier Star Wars Racing spielen würden, würde ich mir auch dumm vorkommen. Ja, wir spielen hier Mario. Mario Sunshine ist aber auch wirklich ein bisschen strange, also... Ist eins der besten 3D-Jugrun. Was ist denn da jetzt? Ja, halt mit Mario! Auf welche Plattform? Gamecube. Also die erste? Ja, okay, dann hatte ich... Ja, Gamecube. So ne Kack-Konsole. Ich hatte nie einen Gamecube. Oh no! Hab ich getroffen. Schöner Snipe, Ram. Ram hat mich mit der Tröde weggehauen. Boah, wer kam denn jetzt die Feuerscheiß? Er, er. Scheiße. Oh, bestes Item. Da sehe ich jetzt nichts mehr. Alter, zwei-, dreimal hatte ich die Pflanze jetzt gefressen. Hat die dich einmal gefressen, Ram? Nein, sorry, Ram. Das war ich. Das war ich. Ja, okay. Oh no! Ja, Seth, wo kommst du denn her, ey? Hab ich erst mal weggedrückt, oder was? Bravo! Warte, ich hab dich nicht mehr mal berührt. Ich war voll hinter dir. Klaas! Pass auf, was du da machst! Also entweder ist das nur bei mir so mega krass, oder... Ich! Wirf's dir irgendwo weg, geradeaus weg, oder so. Okay, ich weiß, dass du hinter mir bist. Dann muss ich ja da hinten schießen. Wir sind gerade alle hinten. Ja, ich weiß. So gefällt mir das. Aber... Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt, sagt ein weißer Philosoph. Ja, ich bin raus. Wer denn? Holt noch ein paar Punkte, Leute. Irgendwas. Sepp wenigstens knackt ihn ab. Haben wir! Nein! Sepp, haben wir noch! Sepp, haben wir noch! Nein! Haben wir doch! Haben wir doch! Nein, ey. Und ich krieg ne scheiß Bombe in der letzten Kurve. Die hast du aber auch richtig gut weg von der Seite platziert. Waren da nicht noch alle hinter dir? Waren nur Rote hinter ihm. Wir waren schön weit weg. Ja, und ich hatte ne... Ne, die waren ja direkt hinter mir. Und wenn ich die fallen lasse... Macht nix, Sepp! Sepp! Macht nix, Sepp! Das ist nicht Silber. Boah, Peter hält sein Team unten, damit er glänzen kann. Wir haben immer noch den Team der Faktor. Wo halte ich denn mein Team unten? Ich bin grad Zweiter geworden. Naja, doch, 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 tust du. Ganz klar. Schießt, äh, ganz klar die Blauen immer ab, damit die Sepp treffen. Fahren die dann einmal ne Runde, oder wat? Ja, genau. Ja, genau. Bei uns ist das ja wenigstens ne ausgeglichene Gemeinschaft. Äh, oh Gott. Ja, die ist doch auch okay. Auch wenn du hier allerdings bei dir einmal gefallen bist, ist es vorbei. Die vorletzte Kurve, wo du noch mal schneller wirst und durch die Ringe fahren kannst, da kannst du noch mal richtig böse rausfliegen. Du bist doch bei Game of Thrones auch. Wenn du einmal gefallen bist, ist es vorbei. Ja. Bist direkt tot. Ja, ist halt wie im echten Leben. Ist halt nicht immer so, wenn du stirbst, dann bist du... Ja. Was? Oh, ich hab besseren Start als Peter, was ist denn da passiert? Viel Start. Viel Start. Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Boah, aber dafür hab ich ne geile Münze bekommen. Nächste Frage. Gute beste Runde. Hallo, Christian! Na? Oh, Leute. Ach komm, ich werd jetzt da. Hättest du nix gesagt, hätt ich gesagt wird Peter. Jawoll. Ach komm, warum? Scheiße, ey. Ja, weil ich wurde... Hast du die Asylien gezündet? Ich bin nämlich irgendwie mit einem anderen Feuer kollidiert. Ne, ne, die Tröte war's. Alter, ich fahr grad gegen alles, was hier ist. Nein, die Tröte war's wirklich. Weil ich wurde auch getroffen. Hä, weil irgendwas hat geschlossen. Ich glaub ich hatte ne Stern getroffen. Ich hatte danach, äh, nen Pilz gehabt. Wer ist Erster? Oh, Bram. Sepp. Fehler. Mach ich nicht. Ich bin weit weg von allem. Ich hab nicht wirklich... Was? De, dee, 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 dee. Hey, Bram, ey. Oh, sorry. Ja, Jay, läuft, ne? Ja, läuft, ne? Ja, läuft richtig. Nein, nicht jetzt! Oh, fuck. Jawoll, Erster, aber. Man, direkt vorm Ziel. Ja, nixer. Fünfter. Lächerlich. Scheiße. Na gut, da dran, wenn ich es Erster geworden ist, aber müssen wir jetzt uns aber richtig strecken im letzten Rennen. Sicher? Ja. Ne, ich hab nur vier Punkte, glaub ich nicht. Zwei Punkte auseinander. Ja. Oh, doch nur so wenig. Oh. Ja, Peter, du reißt halt auch ein paar Punkte aus. Ja, ich bin nicht so schnell mit dem Durchklicken. Das ist ja immer daran, wie schnell man durchklickt, aber soweit war ich noch nicht mit dem zusammenaddieren. Geht gar nicht. Ja, dann ist man in der Regel am langsamsten. Peter subtrahiert halt die 24 minus 22 so langsam. Oder was auch immer das war. 32, 34? Keine Ahnung. Wir brauchen jetzt noch einen Ass im Ärmel. Was nehme ich denn jetzt? Einen Ass im Ärmel? Oh Gott, Dalu, was kommt denn jetzt? Ja, kommt doch nicht so eine staubtrockene Muschi, ey! Das ist echt scheiße auf die Strecke. Da ist die von Bram besser. Oh, Christian! Ja, okay. Hättest du mal so eine Strecke wie Sepp genommen, die wäre wenigstens cool. Die kommt doch eh nicht viel. Aber nein, Dalu, musst du noch eine Kacke nehmen. Ah, ist okay. Oh ne, jetzt kommt gleich seine Strecke. Bald, Yoshi! Senktum! Das kannst du halt eh nicht. Weißt du, drei Leute sagen, yo cool und mindestens einer sagt immer ja scheiße. Ja, aber die anderen sind doch egal. Wichtig ist, was ich denke. Da spricht wieder der Snob auf Peter, ey. Das ist wieder die Teamdenke von Peter, wie wir sie kennen. Boah, Peter! Boah, das war voll der Gebötsche, ey. Ohhohohoho, start der immerhin nicht. Leute, alle drei Bananen weg, alle klar. Ja, ich hab die, glaub ich, bekommen. Die sind aktiviert worden, alle drei weg. Ja, Dalu so nicht, ich mag keine Bananen. Oh, Dalu und die Tröte. Oli! Bisschen Abstand halten. Vorsicht, was er kommt dran? Dritter und Dalu sind zwei dran. Der kommt jetzt mit einer Tröte immer näher ran. Oh no! Ich bin letzter. Nix. Was war das denn? Die Tröte. Wenn du die hattest du noch? Ja, warum denn? Du verlierst Items nicht, wenn du abgeschossen wirst. Doch! Nein! Wo denn? Manchmal ja, bei der Bombe verlierst du. Bei der Bombe? Nur bei der Blitz. Bei der Bombe, oder? Nein, nur bei der Blitz. Dalu zur Seite! Dalu zur Seite! Alle haben eine Rakete, jawohl! Drei Raketen gleichzeitig! Au! Da kommt noch eine! Ja, sag ich ja, drei Raketen gleichzeitig. Alle enden, alle enden... Okay, ich halt, ich halt, fahrt ihr weiter? Dann lasst Peter halt gewinnen, und ich schieß die anderen immer ab. Das war jetzt ein Versehen! Du hast Bram ab! Bram, ich ramm dich wieder! Oh, scheiße! Nein, dich mich ramm! Ich hab keinen... Du hast meinen Stern geklaut! Hast du meinen? Du hast den Dalu wieder abgeschossen! Hey, jetzt wurde mir meinen Stern geklaut! Oh, ne blaue! Dalu, streng dich an! Ja, ich war gut dabei! Und dann wurde Diebstahl begangen! Dalu! Die Rakete kommt! Oh, da kommt hier wieder eine Rakete! Warum? Nooo! Ich hab Branden geknutscht! Jay, streng die an! Was machst du hier hinten? Ja, nein! Jetzt krieg ich alle die Rakete! Christian, du hast die Rote geschossen! Jaaa! 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 Oh, das ist nicht gut! Das hat er verloren! Wer aus meinem Team hat die Rote geschossen? Ah, nein! Jay! Nein! Ich hatte keine Rote geschossen! Nein! Ich hatte ne Rakete! Nein! Ich hatte nur Pilze! Siehste? Und zipp! Immer vorne! Sehr gute Arbeit, Team! Sehr gute Arbeit! Mit 8 Punkten Vorsprung noch gewonnen! Ganz schön wichtig! Nice! Scheiße! Hahaha! Fuck! Boah, ich muss ja zu gehen! Am Anfang der Folge dachte ich, das wird nix aber! That would know what! Ja, dachte ich auch! Geile Nummer! Und danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschau! Tschau!